Willkommen zurück zu Ark Survival Evolved Ich mach grad ein bisschen Munition Weil wird Zeit Oh guck mal Garnpower schon alle Echt? Alle schon wieder verbraucht? Ah ne, Quatsch Bisschen hat da man noch So Wir brauchen natürlich wie immer Ganz ganz viel hiervon So und Der ist Pincoded Okay Hab einfach nur Das Holz, was ich gestern gefunden habe Also die Kohle davon zu Dingens gemacht Mit ein bisschen Metall Ach, mit Spark Powder was noch übrig war Zu Gunpowder und dann das Gunpowder mit dem Metall Was wir noch übrig hatten Zu dem Gedönse hier Dann würde ich ganz gerne ein paar Dinger machen Und zwar Reicht das Semantic Paste was wir noch haben? Ich weiß es nicht, wir haben nämlich nur noch ganz ganz wenig Haben wir vielleicht irgendwann noch ein paar Steine Dass wir noch ein bisschen was machen können Ich hab die Hoffnung, ganz ehrlich Weil ich würde ganz gerne Hm Hm Einfach nur Hm Diese NPCs aus Minecraft Hm Das ist krass das Gefühl, was sie haben Ah, ich bin gerade verwirrt Wir brauchen Semantic Paste Lass uns erstmal ein bisschen Semantic Paste besorgen Da da oben sowieso gerade erstmal die Dinger gemacht werden Ich habe vergessen, wie sie heißen Kugeln Ist der Fabricator sowieso nicht zu benutzen Zu gebrauchen Zu verwenden Weil Ist ja nicht so, als hätte man ich vielleicht sogar noch einen Ne Haben wir mich gar nicht Ach Ey Ich bin schon den ganzen Tag hier am Rumdurst Ich weiß gar nicht warum Es ist einfach zu warm hier So Die mümeln wieder kurz Ähm Ah, guck mal Die gekibbelt Fällt mir ein Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll Ich muss immer noch ein A-Wes-Less-Play Für Staffel 4 tamen, ne Auf dem Tank-Ease Haben wir da einen getamt? Ich weiß es gar nicht Ich glaube nämlich sogar nicht Ich glaube, wir haben auf dem Tank-Ease aber keinen getamt Das ist richtig krass Ich wollte eigentlich hier einen Flappy Bird mitnehmen Aber leg mal Wir sind jetzt bei Überfolge 137, glaube ich, ne 136 137 136 Irgendwo da so im Dreh rum Und ich habe Seit wir auf diesem Server sind Noch keinen einzigen A-Wes getamt Ich muss immer noch einen A-Wes tamen Im 100-Plus-Bereich Besser Level 120 Oh man Das Das wird vielleicht was Das, was immer noch fehlt Ich komme auch irgendwie ein bisschen nicht klar, ne Haben wir Pilze Haben wir noch einen Stack Gut Ist auf jeden Fall ausreichend Wenn ich Viper nehme Bin ich aber schneller Guck mal kurz mal das Tiefchen an Ja, komme ich in den Viper Ich fliege kurz Also zwei, drei Spots ab Und fliege mal kurz in die Allianz-Base Um zu gucken Ob dort noch ein bisschen Cementing-Face drin ist Weil wir werden gleich ein bisschen was brauchen Weil ich würde ganz gerne Heute unseren Brotkasten Ein bisschen schützen Ich habe noch das Restliche Metall Von da geholt Dazu kommt noch Dass ich Einen Generator bauen möchte Ein paar Verteiler Kabel Und Allianz-Base Zumindest mal ein bisschen Strom verteilen möchte Dass wir da auch was sehen Wenn es dunkel ist Und Ja Wie immer keine Biberdämme hier Das ist natürlich sehr befriedigend Wenn man gerade ganz, ganz viel Smitting-Face braucht Ich habe keinen Bock Jetzt Steine zu farben Ganz ehrlich Das ist immer so eintöne Und ich will hier zu Dekoros hingehen Abbauen Umladen Rüberbringen Einladen Zermalmen Wieder zu den Steinen Und So Weiter Das ist natürlich gerade überhaupt nicht Mein Interesse Und Bist du Was bist du? Du siehst so rot aus Du bist doch nur ein Parasaur, oder? Und er ist tot Der Snack war unterwegs Hier war Drive-In am Berg Für den Tyranodon Der freut sich über das Fleisch Jetzt fehlen noch ein paar Brötchen Aber ich glaube Kohlenhydrate Sind nicht so gut Für den reinen Fleischfresser Da kriegen die Durchfall von Ne Von hier wollte ich keine mitnehmen Weil hier war gar nichts drin Wir müssen schon zu Allianz-Base Ja Boah, ganz ehrlich Ich Überleg mir das nochmal Mit den Kopfhörern hier Die sind schon voll in Ordnung Aber die tun so weh Und ich spiele ja mal Jede Folge darüber Ihr könnt mir ja mal empfehlen Welche Wobei, die lieber nicht Ich kriege ja tausend Empfehlungen Was mir Verstärkt aufgefallen ist Ganz besonders unter den Minecraft-Videos Die ich gerade zur Zeit mache Fragen wir erstmal damit ein Was mir aufgefallen ist Bei den Kommentaren von ARK Und zwar Die Frage schlicht hin Ist Wann kommt der Server-Reset Der Server-Reset Ist geplant Für den ersten Ferientag Für die Sommerferien In Deutschland Benutzt einen Ferienkalender Nachzugucken Wann das ist Ich hab's gerade nicht im Kopf Das ist 23. oder 27. Juni Irgendwie sowas Dann Ich hab keine Lust Zuschauer Und ich hab keine Lust mehr Zuschauer da bei denen rüberschieben Und Wenn du mit mir was machen möchtest Solltest du zumindest Eigenständig Eigenständig Aber anscheinend Aber anscheinend Eine Zusammenarbeit Frage ist Ob Ob ich die pushen mag Mich stört hier gerade ein bisschen was Ist das von den Digimons Ja Das ist von den Digimons Kann es sein Dass die hier den Semantic Paste Spot Für sichtbar haben möchten Das scheint so ne Das ist eigentlich ziemlich praktisch Sollten wir bei uns auch machen Die sind blau Alle sind alle Team Ja Finde ich eine gute Idee Sollten wir bei uns auch mal einen führen Und Ja Versteht das bitte Deshalb Antwortet solche Fragen Nicht mehr Dann was mir Extrem Auf den Sack geht Zur Zeit Ist Unter den Minecraft Videos Unter jedem Video Ist irgendwie Jeder zweite Ja jeder zweite Kommentar Oder zwei von drei Kommentaren Ist Hey geiles Video Ich hab dich abonniert Jetzt komm auch mal Schau mal auf meinem Kanal vorbei Und abonnier mich doch bitte auch Das einzige was das bringt Das muss ich auch mal Im Minecraft Video sagen Ist dass ich dich Dass ich dich Im Spam Ordner finde Auf den Kanal gehe Dich blockiere Und danach den Kommentar lösche Mehr mach ich nicht Und deswegen Bringt es auch wirklich Gar nichts da zu fragen Weil ich mach sowas auch nicht Es ist dieses Abo gegen Abo Früher hab ich gesagt Ja würde ich es sogar machen Um meinen Kanal ein bisschen besser zu ranken Um ein bisschen besser vorwärts zu kommen Heute denke ich eher so Es ist schon extrem skammelig Also vor allem diese Frage immer Es nervt Aber es einmal lesen zu müssen Ich weiß nur Dass es mittlerweile so echt so gang und gäbe ist Aber es ist schon wirklich sehr Lahm Ja Es ist erbärmlich Es ist traurig Und es nervt Ich würde deswegen jetzt nicht die Kommentare deaktivieren Oder so Weil ich denke Das wird sowieso überhaupt nicht springen Aber Ich finde es stört einfach nur Mir ist es gar nicht Es stört einfach nur Joa Ansonsten Ähm Auch die Frage bei Minecraft Können wir da mal zusammen Ein bisschen spielen oder so Ich nehme irgendwie einmal am Tag Eine Folge rauf Auf Und dann spiele ich den ganzen Tag Nicht mehr Ich meine ich habe zwar meinen Spaß da dran Solange ich irgendwie nicht permanent am Machen bin Oh Ist ein Tier ist das The Avengers I'm not 156 Avengers Ist der ausgelockt? So mal gucken Mal gucken wir uns ein bisschen wenn wir ihn anschießen Und da runter kommt Ich halte nicht zu kümmern The Avengers Wer sind die? Ich habe keine Ahnung Ups Wer ist das denn daneben? Ach die Arbeitslosen Beef 2 Und du bist Lennox Ich glaube Ich bin mir gerade nicht sicher Ob die was mit Ähm Ob die was mit Crusader zu tun haben oder nicht Ich bin mir gerade Ich meine die Arbeitslosen Die haben was mit ihnen zu tun So Tragobi Was soll das? Wisst ihr was? Komm ich bin das PvP Wo ist er denn? Ganz ehrlich Ich habe erwartet Dass er ein bisschen mehr aussieht Als das Oh Ist er das? Yo Ist er Das waren auf jeden Fall Gewehrschüsse Die habe ich raus gehört Von wo? Der hat keinen Schaden gemacht Aber Ja komm Hallo Mastercrafted Sattel Er schrockt als mich trotz Ich habe nur die Schüsse gehört Und das war es Aber von wo kamen die? Von oben? Nein Also es ist Die Geräusche die gerade waren Die waren nicht von den Kompis Oder? Das war gerade der Spieler Ne? Ha Ich glaube ich habe Beef Dann Tja egal Komm Scheiß drauf Lustig Ich war es euch alle mal Ich habe gerade voll erschrocken Als ihr auf einmal die Schüsse gehört habt Ne? Aber ich sehe auch hier aus Entfernung Nichts Wenn die Steine nicht laden Die hat auf jeden Fall überlebt Ich hätte sie mir gerne noch geholt Aber ich sehe den nicht Ha Tja komm Komm ab Ich habe noch was zu tun Hä? Jetzt kommen wieder die ganze Frage Dragobi Was ist denn los? Hä? Lina war Ich glaube es war ein Sie war ein Er Und er hat mich immer gefragt Ob ich Sachen für den bauen kann Dragobi Ich stelle es mir eine Plattform her Für den Quetzel Seht ihr? Nein Gar nicht Waren die alle mit Allianz mit Crusader? Ich weiß es nicht mehr Waffen mit Waffen? Ich glaube nicht Ich bin mir gerade nicht mehr sicher Das hat es mich in meinem Kopf Ist ja nicht so Als ob ich jeden Tag nachgucke Wer hat mit der Allianz hat Und mit wem wir dann Zu tun haben müssen Dragobi kann Slowly gebannt werden Wieso? Ach D Band werden Nö Nö Wenn ich jemanden bannen Dann hat das meistens einen Grund Den hebe ich dann noch nicht auf Zum Beispiel der Typ Der mal damals In der Im Arena Kampf Die Granaten rumgeschmissen hat Der hat Mich auch nochmal angeschrieben Hat sich entschuldigt Und so Dass er ausgerastet ist Weil Jules Zwerge Die geradet hat Während des Turniers Sich deswegen nicht wehren konnten Und der nur deren Tiere töten wollte Und ob ich die nicht Vielleicht wieder entbannen könnte Ich habe nicht drauf geantwortet Hat mich auch nicht gejuckt Hat er Pech gehabt Soll er keine Granaten schmeißen Ist halt PvP Muss halt selbst wissen Ob man halt Am Turnier teilnehmen möchte Ob man dann geradet werden kann Ob man das Überhaupt Verkraften kann Ich meine Hätten die eine ausreichende Abwehr Aufgebaut Wurde man auch nicht geradet werden So leicht Was? Lust auf TS? Aufnahme Die wollen schon wieder mit mir GTA 5 zocken Da war ein komisches Geräusch Ein Geräusch das nicht kann Ich glaube meine Katze hat was getrunken Warum kenne ich das Geräusch nicht? Weil es ist extrem selten passiert So Ähm Ja du hast mich gekillt Habe ich das? Ach ne es war Rutschke Ach keine Ahnung Tja Ähm Wollen wir mal stehen geblieben Bei Minute 15 Und ein paar Sekunden Ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen was bauen Und zwar Generator Plus Ähm Lag Gleich Unverständlicherweise Noch nicht fertig Das geht ja mal gar nicht Oh Munition Und Metall ist auch noch drin Oh mein Gott Und ein bisschen Gunpowder Kann ich eigentlich mitnehmen Ne Sehr geil Davon brauchen wir gar nicht so viele Das heißt Wir können direkt einen Generator bauen Nein Electric Noch nicht Electric Kall Da Marek zwei Stück Ein Fall Jan Space Ein für hier Dann Brauche ich noch Den Schrank Wo ich die Munition reintun kann Die ich schon vergessen habe In der kurzen Zeit Was sehr krass ist Na Die kugeln die bald ganz gerne noch Habe ich da gerade Ganz leicht das Geräusch gehört Das es macht Wenn jemand Den Den Watch hat Benutzt Jemand in der Nähe Hallo Anscheinend nicht Gut Ähm Dann brauchen wir noch Lampen Ich hätte ganz gerne noch ein paar Lampen Acht Stück oder so Strukturen Electrical Electric oder Ja Passt Die Menge passt Ich glaube die machen wir nur mit Kristall und Metall Ne Nein Und Electronics Okay Ähm Dann Was fehlt denn eigentlich Metall ist doch Da Oder Dann fehlt es tatsächlich Glaub ich Ein Crystal fehlt es Ne Okay Was sind die Electronics hier an Fehlen Ah genau Wegen Generator Okay Welches Video Scheiße Damit hoffentlich nicht meins Was Lukas Warte Nicht unser Lukas Wow Ach keine Ahnung Egal Jedem seine Meinung Aber nicht sagen dass meine Videos scheiße sind Sonst Naja ich kann irgendeinem tun Aber ich kann es aber tun als ob Ne Weiß Bescheid Strukturen Und zwar brauchen wir Keine Ahnung was wir wirklich brauchen Ich könnte Generator auf den Boden packen Ich könnte den Ich hab ne Ide Ich muss noch ganz kurz was gucken Ich hab nämlich ne Idee Weil die haben ja so ne Bodenblüte gemacht Die wäre eigentlich ideal Na wo ist sie Warte wo ist sie Ich weiß hier war eine Die haben hier irgendwo eine Falltübing gebaut Und damit konnte man Nach unten Die haben die nicht weggemacht oder Die wäre einfach perfekt gewesen Für den Generator Ernsthaft Hä Ich weiß Ich weiß hier war Nein Da Die sind so schwer zu sehen Ja man das ist halt Wir können hier wieder so Generatorraum hin machen Wie wir das auch bei Ähm Der Allianz Space gemacht haben Dann wäre der auf jeden Fall Vor Eindringlingen viel sicherer Von Angriffen von oben Und dann müsste man nämlich erst rankommen Ja machen wir einfach so ne Wollen wir auch einen Generatorraum hin Den lass das mal offen Den kann ich auch offen lassen Jetzt kommt sowieso keiner her Und dann oben Hat der Lukas glaube ich schon Dinger hingetan ne Ja die reichen auf jeden Fall aus Um Raketen abzuwehren Aber dicke ey Die sind auf perfekter Höhe Die Rückseite muss ich auch noch gucken Kann man von hier aus einfach reingehen Mal angenommen Da wäre jetzt kein Quetzel im Weg Wahrscheinlich Dann brauchen wir hier Ich schätze mal Die hätten ja einen hingebaut Würde das funktionieren Dann bauen wir auch kurz einen C Und setzen die da hin So Einmal das Einmal das Craftables Strukturen Metall Eine NC Ich finde es so komisch Dass man die NC Metall Dinge Einfach mit Metall craften kann Die normalen Metall Strukturen Aber in die Werkbank reinsetzen muss Es ist es nicht so klug Finde ich Es macht es vielleicht so einfach Einfach zu sagen Komm ich brauche jetzt keine Werkbank dafür Ich mache den einfach so So Ich wäre auf jeden Fall normal hingegangen Wahrscheinlich so ein Wartungsgang Oder sowas Egal Da könnte ein NC hin Ose item Nope der passt nicht Da geht auch keiner hin Der auch nicht Man könnte zum Beispiel einfach sagen Ich mache jetzt hier Foundations davor Dann sind die Lücken auf jeden Fall geschlossen Und man könnte immer noch irgendwas hinsetzen Ist ja auch irgendwie übertrieben Außerdem ich wollte ganz gerne Hier so einen Zugang machen Hier die beiden Dinge miteinander verbinden Oder vielleicht sogar Oh das wäre auch eine gute Idee Die Wand da weg machen Die Schräge um eins erweitern Und dann nach oben rein Das wäre auch cool Das wäre echt cool Ein zweiter Durchgang rein Ohne das große Gate öffnen zu müssen Und wenn man spawnt Dann ist man auf jeden Fall Auf der sicheren Seite Wobei man kann die ja irgendwie Gar nicht spawnen Da drinnen Ich habe gerade einen Wir haben da drinnen gar kein Bett Das sollten wir ganz dringend mal ändern Ähm Foundations Foundations haben wir In Skywalker Warum auch immer Aber da sind welche drinnen Die können wir auch benutzen Dann Ich denke mal die setzen sich wieder so wie die Sollen auch Einfach perfekt da hin Wir brauchen Eins, zwei, drei Vier Eins, zwei, drei Vier, fünf Das heißt noch zwei davon Hallo hast du schon voll? Ne nur ein Leck Okay Strukturen Metall Foundations Zwei Foundations Wände brauchen wir Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Sieben, acht, neun Zehn, neun, zehn, neun Zehn, zwölf Wahrscheinlich nicht so viele Sogar echt nur Äh So Dann eine davon Eine davon Und dann machen wir gar keine Schräge Wie wir es in so einem Weitungsraum Wie wir es gemacht haben In der Allianz Space Und machen halt Leiter runter Foundation Tür Passt Und da packen wir den Generator rein Und dann können wir auch die Kabel Ein bisschen verstecken Das wird auf jeden Fall ziemlich cool aussehen Jedenfalls hoffe ich das Weil wenn es nicht so cool aussieht Dann Machen wir es cool aussehen So Wir geben hier einfach keine andere Wahl So Passt Und zur Sicherheit Machen wir nochmal einen hiervon Ja So Den lassen wir mal hier Der ist nämlich ein C Na Einen brauchen wir noch Ist ja noch zwei Habe ich doch eins zu wenig gemacht Was jetzt nicht so schlimm ist Level 94 Oh mein Gott Jetzt haben wir noch zwei Level vor uns Krass ey Wir haben es endlich mal geschafft Das Level abzubekommen Das ist ja Ich danke all meinen Fans Alle die an mich geglaubt haben Alle die die 130 plus Folgen Nie geglaubt hätten Ich würde das erreichen Weil ich nämlich nie XP-Dinger benutze Ich glaube ich muss mal die XP-Rate Das Blöde ist halt Die XP-Rate für die Charaktere Ist niedrig Aber Die XP-Rate für die Tiere Ist hoch genug Wenn ich die XP-Rate Jetzt verdoppeln würde Dann wäre das vielleicht Schon wieder zu viel So Wo machen wir den Generatorraum hin Ich würde den ganz gerne mittig lassen Hier oder Hier klingt eigentlich ziemlich gut Na Warum machst du Warum machst du es mir so schwer Komm nach oben Okay Ja ne kann Oder er möchte Nicht so niedrig sein Oder Probieren wir mal den hier Vielleicht kann ich ihn direkt daneben setzen Ja das geht Ja machen wir doch so oder Ja das könnte auch gut funktionieren Ja Dann machen wir hier die Tür hin Würde ich sagen Da kann man nämlich hier unten rumrennen Warum auch immer man das tun sollte Ich weiß es nicht Es wird schon irgendeinen Grund haben Vertraut mir Vertraut mir wenigstens dieses eine Mal Und wenn nicht Dann halt nicht Ich habe keine Wände mehr Klasse Wir brauchen Wände Warum gibt es heute keine Cuts Gute Frage Keine Lust Ich mag es auch mal zu spielen Ohne ständig einen Cuts zu machen Eine Katze kann man machen Wenn man viele Materialien sammeln muss Oder so Aber jetzt zum Beispiel Ach Ich habe doch Wände dabei Ey Ich fröbel Ganz ehrlich Ich bin so ein Fröbel gerade Ich weiß wie viel mehr Tür bräuchte Zum Beispiel um die Kabel ordentlich zu verlegen Seht ihr Ich habe mitgedacht Ohne daran zu denken Wofür ich es überhaupt bräuchte Das ist So mache ich das eben So Dann die Hälfte an Lampen Mindestens Ja Sogar mehr Na komm So passt schon Dann Kabel Haben wir noch Kabel da Kabel Seit Jahrzehnten haben wir dieses Skate Frame Und dieses Door Frame Aber wir nutzen es einfach nicht Ich glaube die ganzen Kabel sind noch um in der Vulkanbase Ne Ich glaube ich mache einfach mal ein paar eigene Die macht man hier drin Machen wir mal 20 hoch Machen wir mal 25 Dann machen wir Davon ganz viele Ja Ungefähr so Und davon machen wir auch nochmal So Dann können wir schon mal Die mitnehmen Wobei Ja doch Komm die nehmen wir schon mal mit Holz brauchen wir noch für die anderen Dinger Egal Erstmal Den Generatorraum fertig bekommen So Stockwasser trinken Ich glaube ich mache die Verkabelung heute noch nicht fertig Die mache ich dann Morgen in der Folge Dann machen wir direkt Auditorex Lampen Oberes Stockwerk Ziehen wir dann einfach direkt durch Machen es auch direkt ordentlich Nicht wahr So Das blöde ist nur Ich kann jetzt zweit raus gucken Und ich sehe das dann nicht Ich hoffe der blockiert hier nichts Guckt der raus Nein sehr gut Blockiert der hier Gar nichts Perfekt Ähm Ja Kabel kann man schon mal setzen Eins Alter wie Guckt mal Wie perfekt das Direkt da drunter ist Wie perfekt man das Verkabeln kann Unterirdisch Für die Lampen Großartig Einfach so viel Glück gehabt Mit dem Baudreck Super ey So Ja der muss so sein Dann kommt man hier nicht durch Ich muss mich wieder ducken Ist ja nicht so schlimm Schritte Ich habe manchmal das Gefühl Ich werde hier irgendwie Besucht Man weiß nicht ganz von wem Ist nicht so schön So Ja der Generatorraum ist fertig Wenn wir wollen Können wir sogar noch so ein bisschen schützen Was das jetzt bringt Weiß ich nicht Vielleicht Könnte der einen Angriff von oben Überstehen Ja Warum nicht ne Ist doch voll in Ordnung geworden ne Ja ich würde sagen So könnten wir das echt lassen Als Generatorraum Der ein bisschen im Keller ist Ist sowieso schwierig Einen Keller zu bauen Weil man ja unterirdisch Nichts graben kann oder so So der ist zu Ist ja PIN codet Muss ja gar nicht ne Genau weil es ihr lockt Warum blutest du Ich verstehe das nicht Erkläre dich Dann halt nicht Ja gut 30 Minuten sind erreicht Ich würde mal sagen Ich baue noch schnell die So ein paar Hauptdinger auf Da kommt einer hin Da kommt noch einer hin Wie lange habe ich dabei Sechs Stück ne Ich kann dir echt in jede Ecke Einmachen Plus in die Mitte Das ist ne gute Idee Ah Vögel Ich hasse euch Geht weg Macht was mit euren Hitboxen Keine Ahnung Entfernt sie am besten Ich darf nämlich hier nicht Mit Ghost Mode rumgammeln Ja mach mal besser hier so hin So Dann mach mal da In die Ecke ein hin Das Gate wird sowieso Wenn es mal ein Hospital ist Weil es nämlich eigentlich Beiden Seiten Den gleichen Abstand hätte Ganz ordentlich gemacht Bisschen weiter nach rechts gesetzt Sieht jetzt auch mittiger aus Was vielleicht ganz hübsch aussehen könnte So jetzt müssen wir kurz Die Mitte rauskriegen Ungefähr Nicht perfekt Also die Mitte ist meiner Ansicht nach Diese Reihe So Und so Sehr schön Also für Licht ist gesorgt Ich muss noch die Kabel verlegen Und die Boxen machen Das machen wir dann morgen Mit der Auto-Tread-Verkabelung Wir winden den einfach direkt da oben dran Das Riesen-Kabel könnten wir eigentlich mal abreißen Sonst führt eh zu gar nichts mehr Dann Nehmen wir kurz Die 5 hier mit Plus den Generator Braucht noch irgendwas Ah Davon brauchen wir viel mehr Wir brauchen sowieso noch deutlich mehr Kabel Wisst ihr was Die nehme ich mit in die andere Base Nehmen wir das Benzin hier mit Ich habe irgendwo noch einen kleinen Irgendwo noch einen heimlichen Benzinvorrat Wir brauchen ganz wenig Benzin Das ist krass Ähm So So viel dazu Wir brauchen Öl und Benzin Weil da ist aber welches Dann kramen wir uns eben auf den schnellsten Vogel Den wir kriegen können Der mich tragen kann Das sollte Flappy Bird sein Das ist bald ich ihn wieder finde Du Ja du Ja du siehst gut aus Perfekt Dann bringen wir Hä It's beam Haben keine alle mit Crusader Keine Ahnung Habe ich erst mal vergessen Könnte ja sein Das ähm Ich weiß gerade wirklich nicht mehr Ich weiß Ich weiß Es sind einige Aber das Affelduffel Weiß ich gerade gar nicht Warte mal Ich weiß Die haben Mit sich eingeschlossen Haben sie eine große Allianz Von sieben Leuten Dann haben sie noch Eine Allianz Die heißt Friede Mit irgend so einer Leonardo Oder so Und Eine zweite Allianz Ich glaube da sind jetzt Zwei oder zu dritt drin Ich glaube zu dritt Aber Keine Ahnung Weiß ich auch nicht mehr Da hinten geht Feuerwerk Das ist bei Schüsch Ah Fragen Ist auf jeden Fall nicht wenig Was hinten abgeht Ja das ist bei Schüsch Das ist die Insel Hä Da macht wer Perfect Party Sieht man einfach von überall Ne Nice oder Ja Schon krass Das ist echt Aus einer riesen Entfernung Ne Wenn ich gerade Irgendwie Strukturen Oder Wenn du Nicht gerade die Map Vor von Bergen Das noch ein Weg ist Dann sieht man Das über die ganze Map Das ist genial Einfach Ah Wo war noch mal Unsere Base Ah da Sehr gut Ich vergesse manchmal In welche Richtung Die schaut Ich hätte schwören können Die guckt irgendwie In die Richtung Oder so Naja Ah das ist ein Tier Okay die schießen Auf die Tiere Das ist ganz okay So So bauen wir die Mal kurz hier hin Machen uns ein bisschen Licht Weil es hier gerade Dunkel ist Dann Leg jetzt mal die Kabel ab Ganz ehrlich Die wiegen gerade Ein bisschen was Ist da noch Platz drin Perfekto So Ah das Benzin Dusch mal da rein Die Strukturen Die weil ich Melemental Warum auch immer Ich jetzt das Zeug habe Die Lampen Gleich auch erstmal hier Ich setze erstmal nur Den Generator Wir könnten hier einen Reinsetzen Das wäre ja gar keine Dobe Idee Vier draußen Eine drinnen Ja Sollte auf jeden Fall Auf reiche Licht sorgen Dann machen wir hier auf Gehen hier rein Der Generatorraum Habe ich den Generator abgelegt Und nicht die Lampen Ich Idiot So Da Habe ich den falschen abgelegt So Kennt ihr den Spruch Wäre der Kopf nicht angewachsen Würde man ihn vergessen Ich fühle mich gerade ein bisschen So als würde es zu mir passen Hier hätte man vielleicht Ein bisschen Größer bauen können Ich glaube da muss eine Tür Unten rein Man kommt hier Nicht raus Ja Okay Ich glaube tatsächlich Es ist auf jeden Fall sehr praktisch Dass wir die noch dabei haben Da konnte ich mich theoretisch Einfach ein Hinsetzen Praktisch geht das natürlich wieder nicht Ach Gott Scheiße Ja Fuck Muss die Verkabelung einfach First Try funktionieren Haben wir noch was zum fixen da Oh das ist jetzt für mal verloren Äh Ja muss reichen So So Den können wir nicht benutzen Ja dann machen wir es einfach anders Weil die 51 Metall Foundations Ich muss die noch craften Krass Mir fällt gerade ein Das Ding ist NC Wenn das Ding NC ist Können wir theoretisch einfach Ich mach das einfach mal so Wie es zuerst geplant hat Okay So Kommt dahin Der Generator Den kann ich eigentlich so auswählen Ich will nicht dass er zu weit Auf die Türe durchguckt So Die Tür kann man öffnen Und schließen wie man möchte Dann können wir kurz nach Ob das Ding auch ordentlich liegt Oder ob man den Äh Von außen sehen kann Was ja nicht so cool wäre Hallo Habe ich das da gedrückt Okay So Ja Perfekt eigentlich ne Man sieht den nicht Und dann machen wir die Verkabelung Hier auch wieder unterirdisch Sollte perfekt sein eigentlich Ja Das kann ich mal damit machen Gar nichts Das hält den einfach nur hier fest Der müsste eigentlich aus Metall werden Ich hab ja keinen Bock den noch zu wechseln Ich weiß gar nicht ob der Habt ihr alles eingekracht Wenn der kaputt geht Haben wir hier Nee Dürfte nicht kaputt gehen Nee Dürfte gar nicht kaputt gehen Weil wir haben ja hier noch so ein Ding Lass mich einfach Scheißegal Ich riskiere jetzt nichts Gut Dann würde ich sagen Die Generatorenräume sind fertig Ich hab ja ziemlich wenig gemacht ne Krass in 40 Minuten Gerade mal zwei Generatorenräume fertig bekommen Was haben wir gemacht Wir haben jemanden getötet Wir haben Cementing Paste geholt Wir haben gar nichts gemacht Krass Nun gut Dann aber machen wir beim nächsten Mal Die große Kabelkunde Das heißt wir verkabeln das hier ordentlich Machen Lampen und so Dass alles hier ordentlich wird Und dann würde ich sagen Ich bedanke mich fürs Zusehen Wir sind's wieder beim nächsten Mal Bis dann was gut Ciao So